Verwaltung und Stadtwerke haben heute im Kieler Rathaus eine neue Beratungs-Hotline zu Energiekosten vorgestellt. Wenn die Rechnung für Energie trotz Sparmaßnahmen extrem steigt, können einige Haushalte die Kosten für Gas und Strom nicht mehr bezahlen. Allein in Kiel stellt die Preisexplosion rund 40.000 Haushalte vor dramatische Probleme. Die telefonische Hilfe kann von allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kiel in Anspruch genommen werden. Da kann jeder anrufen. Jeder sollte anrufen, der eine Rechnung bekommen hat, die er nicht bezahlen kann. Denn nur vier Wochen lang kann diese Rechnung im Sozialbezug berücksichtigt werden. Danach sind es Schulden und dann kann man selbst bei bestem Willen diese Rechnung nicht mehr übernehmen. Das neue gemeinsame Beratungstelefon zum Thema Energiekosten ist ab kommenden Dienstag erreichbar.